Dann schauen wir mal bei den Jungs nach. Unser Kollege, der Haupt-Junkie ist beim Pferd. Oh, ein Pferd ist unruhig. Kennst du dich mit Pferden aus? Nein. Geh ruhig rein. Dein Name ist Ashki. Tja, jetzt wieder mal überrascht, Heng. Hey, Ashki. Aiden. Hab keine Angst, ich komm jetzt drüber zu dir, okay? Ruhig. Ruhig, mein Guter. Okay, Aiden schreckt ihn ab. Ganz locker bleiben. Siehst du, Ashki? Gar nicht so übel, oder? Dann gibst du. Du magst mich eigentlich, oder? Hey, Aiden. Wolltest du schon mal reiten gehen? Das ist eigentlich ne geile Idee. Und rein ins Pferd. Bring ihn auf die Koppel. Auf die Koppel, Koppel, Koppel. Also das Einzige, was ich machen kann, ist da hinten in den Stall zu gehen. Wie hast du das gemacht? Wir stecken alle voller Rätsel. Tja. Ich hab dich wohl falsch eingeschätzt. Wenn du dich duschen willst, schau mal hinter der Scheune. Eddie's first. Kein Problem für mich. Aber was mit dem anderen Bruder? Sollen wir den vielleicht mal noch gucken? Weil der fehlt ja noch. Da ist er ja. Hey, Buddy. Willst du nicht noch irgendwas geholfen haben? Nein. Okay. Dann gehen wir mal hinter die Scheune duschen. Mit der Oma ist nämlich auch nix. Weitere Rätsel sind auch noch nicht aufgetaucht. Ach, da hinten. Das ist ja auch immer geil. Vor allen Dingen eine sehr interessante Dusche. Erstmal ausziehen. Oh la la. Schön verschwimmen. Und runterziehen. Das mal gut geht. Ich würde es in der Wüste nicht so übertreiben, Süße. Wow. Grown. Was bedeutet Grown? Und dann rannte der Typ weg. Und wisst ihr was? Er wurde nie wieder gesehen. Es ist Zeit fürs Bett. Was passiert hier? Warum verriegeln wir das ganze Haus? Geh einfach in dein Zimmer, Jodie. Und komm nicht raus. Egal was passiert. Erinnerst du dich an die Schafe? Ich will nicht, dass dir was zustößt. Hartnäckig. Um Gottes Willen, Paul. Was geht hier vor sich? Jetzt geh in dein Zimmer. Du kannst gar nichts tun. Was sagst du? Können aber auch nirgends raus anscheinend. Eden, kannst du nachgucken. Auch wieder nicht. Es sind wieder etwas gefesselt hier drinnen. Schauen wir mal bei ihm vorbei. Er sitzt wieder nur resigniert da drauf. Kollege nebendran. Pennt. Wie sieht's bei Oma aus? Pennt. Auf der Toilette. Auch alles okay. In unserem Zimmer. Ebenfalls. Und bei dem hier. Er hat wieder total Schiss. Kann man bei ihm nicht mal rein. Oder bei ihr. Muss immer auf unserer Zimmer. Das ist doch scheiße. Irgendwas ruft uns. Oder? Sie will's riskieren? Ganz schön windig. Schöner Mond. Oh, was eine Wolke aus Staub. Oh, oh. Oh, leck. Oh, leck mich fett. Wo soll ich hin? Aiden. Irgendeine Ahnung. Crone. Vielleicht zur Scheune. Ach, du Scheiße. Ich schätze mal, die Scheune war falsch. Was ist hier mit dem Wasserding? Oh, nein. Oh. Oh. Ah. Du heilige Scheiße. Oh, oh. Ich glaub, sie haben gemerkt. Oh, ja. Renn. Renn, 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 renn. Und... Deckung. Weiter, weiter, weiter. Wuh. Fuck. Da unten, wo ich ging nicht. Hoho. Fuck. Was ist ein Vieh? Wie ist das denn? Und raus hier. Hoho. Awesome. Lass mich los. Okay. Renn, 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 renn. Wow. Und weiter. Fuck. Ich schriee da falsch. Warum? Hab ich, glaub, zurückgezogen. Fuck. Geht doch. Und her mit ihr. Was geht denn jetzt ab? Sie beschützen mich? Wieso? Danke. Nichts anderes interessiert ihn. Wir können nichts dagegen tun. Bei Geistern sind wir machtlos. Böse Geister scheuen diese Welt. Wenn er hier ist, hat er seinen Grund. Huuuuh. Richtige Expertin. Wird ihr immer noch sagen, die Oma hat damit was zu tun? Kennst du mich noch, Aschki? Wir sind Freunde, oder? Ich stelle jetzt meinen Fuß in den Steigbügel und komme hoch, okay? Und hopp. Wie genau geht's jetzt hier vorwärts? Hey, was denkst du, Aschki? Wir sind ziemlich gut, hm? Dein Geheimnis muss mir das Pferd noch verraten. Hey, hör mal. Ich reite raus und sehe nach den Shuros. Willst du mitkommen? Sicher. Nach den Shuros. Na, go. Toll, genauso wie Autosteuer rum ist doch. Ey, das ist geil. Sieht vor allen Dingen derbe gut aus. Die Texturen finde ich eigentlich... Ja, gut, bei den Armenfahrern. Verwaschen ist aber von der Ferne, sehen die extrem scharf aus. Ganz gut gemacht, dieser Trick. Aber was sind Shuros? Ach Gott, ist das ein Riesengebiet. Ah, Schafe. Hör zu, ich weiß, dass du nicht darüber sprechen willst. Aber ich muss wissen, was passiert ist letzte Nacht. Hm, Existenz. Dein Vater kennt diesen Spuk. Der Geist kam nicht zum ersten Mal, richtig? Jezu war schon immer hier. Er kommt in der Nacht und stiehlt Seelen. Die Alten haben gesagt... Er ist ein Fluch. Das ist der Preis, den unser Stamm für dieses Land zahlt. Aha. Geister. Und die Geister rund um euer Haus. Weißt du, wer sie sind? Mein Vater sagt, dass fünf Wächtergeister unseren Stamm immer beschützt haben. Sie kommen nachts, damit uns Jeizo nicht tötet. Ich weiß nicht, ob's stimmt. Aber Jeizo war bis heute noch nie in unserem Haus. Jetzt will ich dir aber mal ein paar Fragen stellen. Was willst du wirklich hier draußen, mitten in der Wüste? Sieht fast aus, als würdest du vor was wegrennen. Hm, Wahrheit. Ich schätze, ich versuch zu vergessen. Nochmal neu anfangen. Am Ende bin ich auf der Flucht von mir selbst. Du bist wie wir. Du hast auch ein dunkles Geheimnis, nicht wahr, Jodie? Wahrheit. Ich muss dir was beichten. Ich... Das war Paar. Kein Wasser auf der Ranch, muss was mit dem Brunnen sein. Ich sehe auf dem Rückweg vorbei. Ich kann nachschauen, wenn du willst. Ja, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich tue, was ich kann. Wo ist der Brunnen? Ah, da drüben. Da ist eine Windmühle. Nicht zu verfehlen. Okay. Ich sehe dich dann auf der Ranch. Okay. Bis später.